Und zeigen Sie mal her Ihre Überarbeitung. Meine Anwalt liegt schon seit gestern bei Ihnen auf dem Schreibtisch. Vielen Dank. So. Sicherlich. Und jegliche Unperfektion liegt allein an der mangelhaften Aufstattung des Anwaltes. Da Sie sich während der Probezeit so wenig kooperativ zeigen, sehen wir uns leider so genügend. Und was ist das hier? Wo haben Sie das her? Es gibt noch mehr Kopien davon. Personalplanung nach dem Horoskop. Wenn das die Presse mitbekommt, das ist ein Riesenskandal. Ich strebe den Beamtenstatus an. Astromobbing im Ministerium. Vertrag nur gegen Sternzeichen. Wie wollen Sie all das der Öffentlichkeit erklären? Sternberg, kommen Sie sofort rein. Sofort. Sternberg, es gibt da ein Problem. Zuhören. Frau Elisabeth? Was wollen Sie? Ich will meinen Job behalten. Ich will Sicherheit, mein Gehalt, Pensionsansprüche, Rente. Ich will. Das ist doch lächerlich. Wer soll Ihnen diesen Unsinn glauben? Die jahrelange Medikamentenbehandlung hat Ihnen den Verstand geraubt. Sternberg, Rückversetzung nach Bonn. Postministerium am Bonner Talweg. Gegebenenfalls beurlaubt und sub-psychiatrisch. Gut, Achtung. Das gesamte Programm. Ganz so einfach. Geht erst nicht. Die Bonner. Gab bei den letzten Rückabwicklungen einen Haufen bürokratischen Aufwand mit denen. Versorgungsausgleichsregelung. Sternberg! Anweisungen in Psychiatrie, Formulare, Aufträge, etc. Mit der zuständige Beamte drüben. Ist mal wieder auf Kur. Ganz genau. Sternberg! Außerlich bin ich im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung voreingestellt. Pass fest. Doch keine mehr Platz. Braucht meine ganze Kraft. Und ich bin da jetzt allein. Sternberg! Wollen Sie damit sagen, dass Sie sich mal in die Anweisung wieder setzen? Nein. Nur die derzeitigen Umständen. Nun gut. Wie sollen Ihre Chance haben? Und der? Du kriegst eine Assistentin.